Schloss Neuschwanstein hier hinter mir hast du bestimmt schon tausendmal bei Social Media gesehen, oder? Zeit für was Neues? Wie wäre es mit dem Neuschwanstein des Rheinlands? So nennt man Schloss Drachenburg im Siebengebirge, ganz in der Nähe von Bonn. So richtig alt ist das Gebäude zwar eigentlich nicht, gebaut wurde es erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Dafür kannst du heute fast das ganze Schloss von innen angucken, zum Eintrittspreis von 8 Euro. Besonders hübsch ist Schloss Drachenburg übrigens im Sonnenuntergang. Oder gleich ganz im Dunkeln, wenn keine Corona-Pausen nötig sind, gibt es Ende Januar beim Schlossleuchten richtig schöne Lichtinstallationen. Hast du noch weitere Tipps, welche Schlösser wir uns angucken sollten, wenn wir uns das nächste Mal denken,